Hi, ich bin Anke von Cherrypicking und ich habe dir in den letzten Jahren so, so viele DIY-Projekte mit meinem Lieblingsmarker namens Pintor von Nethema Pilot gezeigt und fassbar viele Einsatzmöglichkeiten. Als Kreative und zudem noch als Oberflächendesignerin für allerlei eigene Produkte oder Kooperationsarbeiten reizt mich nahezu jede freie Fläche, die ich mit den Pintor-Markern gestalten kann. Ich habe dir ein paar Videosnippets gedreht, um dir die Basics, Anwendungen und Techniken vorzustellen, die du für dein kreatives Gestalten mit den Pintor-Markern einsetzen kannst. Die drei Module zeigen dir die große Range des Pintor-Markers und seine Einsatzgebiete für deinen kreativen Flow. Los geht's! Das hier ist also der Pintor-Marker. Gefüllt ist er mit einer sehr hochwertigen, hochpigmentierten Tinte auf Wasserbasis. Die Tinte ist sehr resistent und wundervoll deckend. Du kannst ihn auf nahezu jedem Material einsetzen. Lediglich die Fixierung variiert. Und wie aktiviere ich also einen brandneuen Pintor-Marker? Einfach Kappe schließen und 20 bis 25 mal schütteln und dann schnappst du dir ein weißes Stück Papier und pumpst die Mine mehrfach hinunter. Ich mache das so fünf bis sechs Mal, bis die Tinte in die Mine fließt. Und dann ist der Pintor ganz einfach einsetzbar. Hier seht ihr, wie die Tinte schön hinaus fließt und in die Mine hinein. Und auch zwischendrin jedes Mal, wenn ihr eine eine bisschen frischere Spitze haben möchtet, ein bisschen mehr Tinte haben möchtet, könnt ihr dieses Verfahren immer wieder einsetzen. Zumachen, schütteln und ein bisschen pumpen. Jetzt ist der Marker einsetzbereit. Nach dem Verwenden solltest du immer wieder die Kappe schließen und den Marker horizontal lagern oder mit der Spitze nach oben aufbewahren. Dann hast du mega lange Freude daran. Jetzt habe ich dir ja einen Pintor gezeigt. Sieht so schon mal ganz toll aus, oder? Aber warte, bis du die komplette Farbfamilie siehst. Hammer, oder? 30 Farben, Grundfarben, Pastell, Metallic, Neon. Hier fehlt es wirklich an nichts. Und der Hammer ist, du kannst sie zudem noch mischen, blenden und sogar mit Wasser bearbeiten. Und, und das ist der absolute Bonus, jede Farbe gibt es in verschiedenen Strichstärken. Du siehst hier EF, die wirklich extra feine Spitze, der man ganz, ganz feine Linen machen kann. Wirklich für Akzente oder Lettering ganz, ganz toll geeignet. Dann die F, die feine Spitze, ist schon ein bisschen dominanter und dicker als die extra feine. Die mittlere, das ist so diese klassische Markerspitze. Und B, das ist wirklich für volle Flächen. Da haben wir wirklich eine breite, satte Strichstärke. Aber man kann hier auch die schmalere Kante nehmen. Und dann hat man noch mal eine Variante. Du siehst, eigentlich ist kein Einsatz unmöglich. Du siehst, eigentlich ist keinvoلك. Ich hab dich rausمge. Das ist einiges Segn, eigentlich Arendton, jetzt sei dich, dass du die warst. Kartei-DarmentalzerheAPP. Das war's für heute.